Nein? Ich kann das Eiferpack hier öffnen. Waffen die Seiten für Waffenliebe. Stieg geiles Eiferpack. So, jetzt kann es losgehen. Franz? Franz? Ja. Ja. Ah. Dum 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 dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Ach, keine Ahle. War einfach richtig scheiß, ich habe die letzte Sache mit ihm. Ich hab Dirk mal kurz ne Message gedroppt Wo gehen wir hin als erstes? Gamer Jawohl, eine Runde sind wir auf jeden Fall in Überzahl Lasst uns die Runde holen Noch einer raus Juh, noch einer raus Nice, macht er sofort Quit Rage Weil ich so lange lade Das ist der Unterschied zu dir Boah nee, auf den hab ich kein Bock Du versteht die Zen-Phase nicht Genau solche Gefühle sollt's dir eigentlich abbauen in der Zen-Phase Ja genau, ne Ah, ich bin nicht der Langsamste Gut Erik im Tier Du oder der Gegner? Ich sag Erik ist schneller Ich werd ja wie gesagt noch einen Haufen Chase zu unserem Vertrag zubuchen Aber dann kann man das nicht mehr bezahlen Dirk war schneller Juh, Erik war schneller Eine Millisekunde Juh, wer gibt mir jetzt den Kasten? Pass ich schick dir, pass ich schick dir bestimmt was So wie bei dem einen Spiel Also wie Franzi sich meldet Wenn er wieder ein ZZ fällt Ich weiß ja schon auf deinen Erinnern Der war der total voll Wer war voll? Ich kann mich nicht daran erinnern Wo war, wo war, wo hast du gesoffen? Das Gerät ist in Position Das Gerät ist in Position Das ist alles dran Das ist alles dran Ja ich geh nochmal rein Ich komm erstmal Nee Erik Ja ich geh nochmal rein Ja ich geh nochmal rein Ich bin drüben Ich bin drüben Ich bin drüben Ich bin drüben Das war ja einfach Das war ja einfach Das war ja einfach Eins von den Doppelfenstern ist offen Ja eins von den Doppelfenstern ist offen Ja eins von den Doppelfenstern ist offen Beide Beide Die fangen die Geisel an, geil Ja hat er gecheckt, hat er rechtzeitig gecheckt Oh komm komm Leg dich mal hinter die Geisel Hibana blockiert Wenn ich sterbe dann fürs Team Wann es klappt dann falle ich das Oh Ach Ah, schön, dass ich wenigstens noch einen Zürich gemacht habe. Wie schön, dass du das drauf hast. Hashtag Highlight Video. Hashtag Highlight Vektion, ne? Vor allem noch so gecoint, legt dich mal dahin damit die Dings rüten und dann klappt das so noch ein. Das wären schon zwei gähle Typen, wenn die das jetzt zu Ende spielen. Der Camper-Koff für die Zorte, die Sprache und die Roof-Beton. Kann man ja auch kapitulieren? Ja, nach der dritten Runde erst. Okay. Wisst ihr noch damals, als man bei solchen Partien nur zwei Punkte bekommen hat? Ja. Wisst ihr, was auch cool ist? Die hohen hier. Ich hab gerade zum westeuropäischen Datenzentrum eine Verbindung von minus eine Millisekunde. Soll ich die ausziehen. Ich bin richtig nah am westeuropäischen Datenzentrum. Ach, meine Punkte. Ach, meine Punkte. Bandit und Jäger. Ich glaub die haben Bandit und Jäger. Ich glaub die haben Bandit und Jäger. Ich hab Jäger und Jäger zuerst gesehen. Ich spiel den Code, äh Jäger und Bandit. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Oh, nice. Oh, wo bin ich denn gespawnt? Oh, wo bin ich denn gespawnt? Oh, wo bin ich denn gespawnt? Na, ich hab auch vergessen, den Spawner zu spielen. Jetzt hab ich meine Drohne gar nicht hinüber gewischt. Boah, der wird ja arrogant, ne? Sech ein bisschen. Sech ein bisschen arrogant. Alten ist schon einer. Ja. Hat mir eine Rechenschaft gegeben. Mir auch. Mir auch. Oh, wenn das mit dem, wenn das mit dem ARCOG endlich mal gefixt ist. Kannste auch machen direkt. Ja, nimm mal mit dem ARCOG. Ah, die wollen das doch wegnehmen bei den Verteidigern. Ne, nur bei Bandit und Jäger. Ja. 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 Was ist denn jetzt die scheiß Kamera? Na? Ach da. Boah. Dann ist sie jetzt halt da. Ja. Nein. Ja. Ja. Ich hab mal jetzt. Ja. 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 Ja, ich steh'n einfach. Also mit Snacken meinst' ich die Geisel-Snacken? Snack? Ne, ich steh'n nicht so auf Geisel. Das überlasse' ich dir bei dir, du hast'n Grad zu denen. Ja, auch Kelava. Kelava? Kelava pack'n dann. Kelava pack'n dann. Kelava pack'n dann. Stell' dich mal vor, Passi würde jetzt hier noch spielen. Ihr könnt ja seine 32 Kills vergessen. Ja, ne, jetzt noch schnell die Fall-Train ist gut. Scheiße! Prost! Prost! Da kommt irgendwie das so, was in den Team. Deins ist nicht zu toppen. Muss ich mir eigentlich noch mal angucken. Ich weiß aber grad gar nicht in welchem Highlight-Video das ist. Ich glaub einem der Ersten. Scheiße! Scheiße! Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Spielst du, äh, offensiv oder definitiv mit Echo Franz? Ey, ich bin das richtig. Okay, dann geh' ich hier im Flur. In den kleinen Raum. Gegner Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf andere vorbereiten. Soll ich, soll ich das Schild vor die Geisel stellen oder hinter die Geisel? Lass, lass die Typen auf die Geisel schießen. Eben. Auf jeden Fall. Alles klappt? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Auf der Drohne bei uns. Auf der Drohne bei uns. Dann hast du schon... Haben wir schon die Hälfte? Ja, okay. Ne, ich hab auch eine geholt. Wir haben sie alle. Ja, dann haben wir sie ja alle. Dann haben wir ja alle. Dann haben wir ja alle. Ich glaub hier. Ich glaub hier. Ich glaub hier. Ja. Wo kamen die? Ich guck und das... Einzel-Tür da außen. Ja, die sind hier hinten reingekommen. Ja, die sind hier hinten reingekommen. Ja, genau da. Äh... Ja, Joko. Da holt er sich das A's. A's, jawohl! Boah, schreib ich erst mal in die Gruppe. Erstmal passt die ein bisschen... bisschen Nerven und Ärgern. Ähm... Ähm... Ja, Ace. Ich mach mal ein runde Sledge, wenn es genehmigt ist. Okay. Ja, mach das. Verlebe ich Glas. Verlebe ich Glas. Mach mal die Bug-Herausforderung bitte. Ich nehm ich Twitch. Ich brauch ich bei noch ein paar Assis. Zwei Stück, um genau zu sein. Zwei Stück, um genau zu sein. Wenn dir die selber dann gehts. Das könnte natürlich passieren. dr nachhaltig wird sich in dennoch die geile Hose schließen und er hat sich gar nicht als er noch mal weiter töten würden dann auch mal schreiben könnte oder was sie glaube ich blöd gucken die gute sich das Video und dann ja aber auch im Stichwort ja auch den dax-elf-kollegen und gut wieder Körler? Ja, vielleicht eher Fallensteller jetzt. Nee, Bandit. Und Jäger. Scheiße. Ich lass meine Drohne mal im Übergang, Fieber. Einfach nur so. Ja, könnte ja sein, dass sie es jetzt probieren wollen. Darum. Man kann die Drohne nicht mehr in dieses Hotel stellen. Ja, ich hab da was gehört gerade. Ich glaub, Bandit ist wirklich drauf. Ja, safe hier ist einer. Ja, 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 ja. Wo ist der oben? Tower. Jawohl, Jäger hab ich schon mal angefressen. Wahrscheinlich, ich denk der ist Tower hin. Also, ich seh den jetzt nicht mehr. Jäger ist auf jeden Fall hinten. Jäger ist auf jeden Fall hinten. Bin nochmal angefrackt. Oh, hinter mir einmal. Ja, spray. Jäger ist gerade um Hauptflur. Oh, scheiße. Von Garage auch. Aus. Pass auf, wenn der von Garage ausschießt. Ja, ich hab den richtig gut angefrackt. Ne, der liegt hinten, ist oben im Schrank. Der liegt da hinten hinter dem Schrank. Der liegt da hinten hinter dem Schrank. Warte mal, ich stell mich mal anders denn nicht. Ich stell mich mal davor. Meinst, ich komm auch nochmal mit der Drohne? Meinst, ich komm auch nochmal mit der Drohne? Stopp. Ich hab den oben Übergang gesehen nochmal. Ah, der hat meine Drohne leider direkt wieder geholt. Ah, der hat meine Drohne leider direkt wieder geholt. Übergang nochmal? Ich war gerade Übergang. Achso, äh. Achso, äh. Ja. Ja. Bevor der die Drohnen da geholt. Was? Was? Hinter dem Schrank. Ah, sonst überlebt der noch die Schüsse. Die Schüsse. Bandit ist hinter mir und hinter mir. Ne, der ist hinten. Ja, der liegt gerade. Ja, der liegt gerade. Mein verbleibender Operator von der eigenen Frau. Was? Wie hat der mich jetzt gekriegt, der Typ? Der da hinterm Schrank. Ich glaub, ich hab dir einen guten Schutz gedrückt. Ah, scheiße. Boah, ey. Boah, geile Leute. Was war denn da los, dass Bandit euch offensiv alle geholt hat? Also, anfangs. Bandit war unten bei uns? Keine Ahnung. Ja, ich bin in den. Ich bin in den Tower hoch, weil ich dachte, der wär im Tower. Aber der war in der Garage. Tut mir leid. So viel zu, äh. Wo gehen wir hin? Ernst zu Ende spielen dann erstmal alle neuen Operator hin. Ganz oben. Ganz oben. Eigentlich ja. Ganz, äh. Ganz, äh. Ganz oben. Okay. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall Carsten mit Technik. Hier brauchen wir auf jeden Fall Carsten mit Technik. Hab ich ja von übrigens. Hab ich ja von übrigens. Der Typ hat eigentlich gerade einen Ace gemacht. Der Typ hat eigentlich gerade einen Ace gemacht. Kann sein. Kann sein. Ja, ich glaub von Banditrurz. Ich glaub von Banditrurz. Ich glaub, von Banditrurz. Ich glaub... Ich glaub von Jägerrurz, oder? Ich glaub. Ich glaub von Jägerrurz, oder? Die Geisel muss bestimmt werden. Den auch. Ich weiß gar nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet Ich hab da ganz ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet Gegner Brunner hat die Geise gevalidiert, auf Angriff vorbereiten Fensterbarrikade errichtet Ein Nestchen mit meinem Süßen ist platziert Zehn Sekunden noch Kacheldraht wird auf die Fliege Alle Wände ja, ich glaube wir brauchen wir gar nicht so viel Ich mach Falty nach unten auf, ist das okay für euch? Kannst machen Ach ich hab den Störer hier mit, die Granate hat den Störer hier mit gesnackt Ach Mensch Ach Mensch Ja tut mir leid Die Armee ist kein Töber Die Armee ist kein Töber IQ und Blitz Wo wurde der gerade geschossen? Wo wurde der gerade geschossen? Äh... Also in diesem selben Raum Die einzige Tür hier Der ist auf jeden Fall Leiner Der ist auf jeden Fall Leiner Der ist auf jeden Fall Leiner Ziel lokalisiert Da war auf jeden Fall Da war auf jeden Fall ja da vor der tür und es war es war links bei den fenstern bei den fenstern auf dem das war ich wollte er bedrücken und ich habe lt gedrückt ich bin ein held ihr ist da noch draußen jetzt holt ihr erstmal die cam komm eric ich wartet wir können dann natürlich auch der geile franz bei dem nebenfenster ausspringen die ist da die ist durch die ist da die kommt jetzt über schild oder die drohen schöne runde von mir zeigt das bloß nicht passiv dann labert er dich wieder voll ja gut wenn man nur zwei gegner hat dann macht man halt auch nicht viele kills nach ja gut easy sieg ich habe mich wie viele punkte und ich hätte sie ja nicht dass sie sich gegen zwei leute 65 punkte also ganz normal schlitzig habe ich bekommen uhr aufstieg ok schampeg schampeg bullshit bullshit oh kauf ich habe keins eric geht offline eric geht offline